Musik Sind Sie schon einmal über Ihre Grenzen hinausgegangen? Haben Sie schon einmal mehr gearbeitet, als für Sie gut war? Oder kennen Sie mit Sicherheit diesen Druck, eigentlich noch mehr leisten zu müssen, noch mehr tun zu müssen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Mir in meinem Beruf ging es oft so. Ich habe angefangen mit dem Gefühl als Sozialarbeiter, sehr schlechtes Gefühl. Ich muss die Welt retten, denn wenn man die Welt da draußen mal sieht, dann gibt es viel zu retten. Und ich habe lange Zeit einen jungen Mann betreut, der mir jeden Tag gesagt hat, er möchte nicht mehr leben und er möchte heute seinem Leben ein Ende machen. Und ich wusste, dass es einen Unterschied macht, ob ich da war oder nicht, aber irgendwann muss jeder nach Hause gehen. Und ich hatte große Angst manchmal, wenn ich nach Hause gegangen bin, ob er noch lebt oder nicht. Und gerade am Anfang, als die große Flüchtlingskrise hier war, gab es so, so viel zu tun und so, so viel, was gefehlt hat und was keiner so richtig hingekriegt hat, weil einfach viel zu viel Arbeit da war. Und die Anforderungen wurden immer größer und immer mehr und irgendwann sind viele auf mich zugekommen und haben gesagt, ich möchte eine größere Wohnung haben. Also jetzt auch gerade von den Flüchtlingen. Ich möchte, ich möchte dies haben, ich möchte ein Einzelzimmer haben und irgendwann war dieser Spruch oder irgendwann habe ich fast stündlich gesagt, bin ich Gott. Ich kann das nicht und ich kann auch nicht noch mehr geben. Ich habe mein Bestes gegeben, aber nach sechs Monaten war ich fertig, weil ich mehr gegeben habe, als ich eigentlich konnte. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum wir über unsere Grenzen rausgehen. In meinem Fall war es zum einen oder ist es immer noch die Leidenschaft und die Begeisterung, wenn ich meine Arbeit liebe, dann gebe ich gerne mehr, als eigentlich gut ist. Oder auch die Empathie, wenn ich die Menschen sehe und wenn ich sehe, dass es einen Unterschied macht, wenn ich da bin, dann ist das ein anderer Grund, warum ich schnell mehr tue, als für mich gut wäre. Aber es gibt andere Gründe. Vielleicht ist es bei Ihnen mehr der Perfektionismus, das kenne ich auch, wenn Sie die Dinge noch besser und noch, ja, noch schöner machen wollen. Sie wollen es einfach perfekt hinkriegen oder wenigstens noch besser und darum arbeiten Sie noch länger an dem Projekt. Oder es ist das Pflichtgefühl, dass Sie das Gefühl haben oder nicht nur das Gefühl, jemand erwartet von Ihnen, dass Sie mehr tun. Ich habe mal eine Zeit lang mit einer Frau zusammengearbeitet als Kutschfahrerin, die war Workaholic und bei ihr gab es nie eine Pause. Und von morgens bis abends musste ich arbeiten und darauf hat sie geachtet die ganze Zeit und ich bin körperlich leider jetzt auch nicht ganz so belastbar. Und ich war fertig nach der Zeit, weil keine Pause erlaubt war und sie einfach immer noch mehr von mir verlangt hat. Ich saß vor einer Weile in der Kirche einer Freundin gegenüber, die auch gerade Sozialarbeiterin geworden ist, im Anerkennungsjahr war, drei verschiedene Stellen hatte. Eine in der Familienhilfe, eine in der Schule, ich weiß nicht noch was an einer anderen Stelle und die fertig war. Und sie hat mir erzählt, dass sie grundsätzlich schon gar keine Zeit mehr für Freunde und Familie hat, weil sie so viel auf der Arbeit ist und danach einfach nur noch ihre Ruhe braucht. Sie wollte heiraten in ein paar Monaten, hatte wahnsinnig viel vorzubereiten. Und an diesem Tag hat sie mir erzählt, welche Aufgaben sie im Gottesdienst noch alles übernommen hat, dass sie am Nachmittag für die Jugendstunde verantwortlich war und am nächsten Tag für die Pfadfinder und die ganze Kinderarbeit organisiert hat. Und sie saß vor mir und ist in Tränen ausgebrochen. Und ich habe sie gefragt, warum? Warum machst du so viel? Warum machst du so viel, wenn du merkst, dass es dir gar nicht gut geht damit? Und sie meinte, aber ich muss doch. Wer in ihrem Leben sagt, ich muss doch, mehr, 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 weil wenn ich das nicht mache, dann macht es keiner. Kennen Sie das Gefühl? Ist auch nicht falsch. Wenn wir vieles nicht machen, dann macht es wirklich keiner. Natürlich. Und oft haben wir auch das Gefühl, unser Leben müsste so laufen. Wir müssen 40 Stunden arbeiten, wir müssen volle Leistung bringen, immer weiter durch. Wir müssen doch das schaffen, was die anderen alle machen. Und ich habe eine Freundin ein halbes Jahr lang durch die Psychiatrie begleitet, die auch drei verschiedene Jobs in drei verschiedenen Städten hatte, bis irgendwann gar nichts mehr ging. Burnout mit 23, das kommt mir schon fast normal vor. Also ich kenne eine Menge Leute und ich merke, dass es eine große Gefahr ist, über die eigenen Grenzen hinaus zu gehen. Und ich glaube, dass dahinter ein falsches Denken steckt und definitiv nicht das Gefühl, ich bin ein Kind Gottes, sondern das Gefühl, ich bin alleine und ich muss das schaffen. Ich muss das hier retten. Es ist meine Aufgabe. Aber das ist ein großer Druck, das führt zu Verzweiflung. Und wir haben an uns selbst den Anspruch oder andere haben den Anspruch, dass wir diese Lücken füllen. Wir wollen andere nicht enttäuschen oder wir wollen nicht, dass andere leiden. Das ist oft bei mir der Grund, warum ich das gemacht habe. Und gerade jetzt in meiner Situation, meine Freundin hat ein Baby bekommen, ich muss jeden Tag die Pferde mit versorgen. Ich habe andere Mädchen, denen ich bei den Hausaufgaben helfe. Ich habe meine Stelle zu Hause, ich habe meinen Podcast, die ich mache. Es sind so, so, so viele Sachen. Wann sage ich Stopp? Und so viele Leute, die schreien, hilf mir, komm, mach was. Und das Gefühl, was dahinter steckt, ist ja eigentlich auch, ich bin gar nicht so wichtig, sondern all das andere hier ist wichtiger als ich. Und darum gehe ich über meine Grenzen, wenn ich das tue. Ich möchte mit Ihnen heute darüber nachdenken, was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Und als Kind Gottes auch dieser Arbeit oder der zu vielen Arbeit zu begegnen. Und ich möchte mit Ihnen einen Text von Jesus lesen, über Jesus. Der steht in Matthäus 9, Matthäus Evangelium. Matthäus 9, die Frage, wie ist Jesus damit umgegangen? Und ich lese einmal Abvers 35. Dort steht, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitgefühl mit denen, mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten sollten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Kennen Sie das Gefühl? Da draußen ist so viel Not und so viel Leid und so viel Arbeit, die wirklich gemacht werden müsste. Aber es sind nicht genügend Leute da, die sich einbringen. Und es fehlt vorne und hinten. Wenn Sie das Gefühl nicht haben, dann bitten Sie Gott, wirklich Ihnen Ihre Augen zu zeigen. Denn als Sozialarbeiter erlebe ich die Not der Welt in so einem großen Ausmaß von Alleinerziehenden, über denen, die arbeitslos sind, die im Gefängnis sitzen, die ihre Länder verlassen haben, die Kinder, die keine Eltern mehr haben. Die Not ist riesig. Wo sind Freunde, wo sind Menschen, die Hoffnung machen, wo ist irgendjemand, der einem Leben beisteht? Es gibt viel zu wenige Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, die Gefahr ist auch, dass gerade wenn wir zum Beispiel den Fernseher angucken, die Nachrichten anmachen, dann sehen wir ein Leid in dieser Welt, das so groß ist, dass wir gleich sagen, wir können gar nichts tun. Und dann verschließen wir unser Herz oft davor und sagen, ja, was soll ich machen? Das ist doch irgendwie egal, kann man nichts machen. Aber Jesus hat das nicht gemacht, sondern Jesus hat sein Herz offen gehalten. Hier steht, er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Jesus hat die Not gesehen und sie hat ihn berührt. Er hat mitgefühlt. Er hat gesehen, was diese Menschen brauchen. Und was hat Jesus dann gesagt? Wie hat er darauf reagiert? Er hat seinen Jüngern gesagt in Vers 37, Was Jesus nicht gesagt hat, war, ja, da ist so viel Arbeit, darum geht hin und arbeite doppelt so viel, weil das andere machen. Was Jesus auch nicht gesagt hat, ist, ja, sei doch egal drum, die Not der Welt ist so riesig, da kann man eh nichts machen. Nein, was Jesus gesagt hat, ist, wenn ihr eine Not seht, die größer ist, als dass ihr sie bewälten könnt, dann geht auf eure Knie und bittet den Gott im Himmel, dass er mehr Menschen schickt. Wissen Sie, was ich von Jesus lerne, ist, dass ein Kind Gottes zu sein, bedeutet, ich muss keine Angst vor dem haben, was zu viel ist. Ich habe einen Vater im Himmel, der diese Lücke füllen kann und der diese Lücke füllen will und der von mir nicht verlangt, das Unmögliche zu tun. Nicht ich muss die Welt retten. Nicht ich kann all diesen Menschen helfen und ich muss es auch nicht. Aber Gott wünscht sich, dass wir auf unsere Knie gehen und ihm um Hilfe bitten, damit er Wunder tun kann. Kennen Sie dieses Gefühl von nicht genug sein? Das ist ja das, was damit eigentlich auch zusammenhängt. Vielleicht sind Sie Mutter und Vater und Sie fragen sich, kriege ich meine Kinder gut genug für diese Welt und für dieses Leben vorbereitet? Bin ich gut genug als Mutter oder Vater? Vielleicht fragen Sie sich das als Partner. Liebe ich gut genug? Bin ich für meine Freunde gut genug da? Und gerade wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die leiden und denen es schlecht geht, vielleicht jemand, der Krebs hat, im Krankenhaus liegt, einen geliebten Menschen verloren hat. Ist das, was ich sage, gut genug? Wenn ich versuche, mit Menschen über Gott zu sprechen, werden sie meine Worte verstehen. Ist das gut genug, was ich sage? Und so oft haben wir Angst, dass es nicht gut genug ist. Und viele von uns wählen dann auch den Weg, gar nichts zu machen. Lieber nichts zu sagen, bevor wir was Falsches sagen. Lieber das den anderen zu überlassen, die es vielleicht besser machen als wir. Und ich möchte noch einen weiteren Text lesen, wie Jesus damit umgegangen ist. Mit dieser Frage, was machen wir, wenn das, was wir haben, nicht gut genug ist. Und zwar steht dieser Text in Matthäus 14, Abvers 13. Und ich lese diese Geschichte einfach mal vor. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist einsam hier. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich riefen sie aus. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Bringt sie her, befahl er. Dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte hinauf in den Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon. Und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch zwölf Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Haben sie diese Geschichte verstanden? Da geht Jesus irgendwo in die Berge, in eine einsame Gegend, weil er allein sein will. Aber die Menschen hören, dass sie brauchen ihn und alle kommen ihm hinterher. Und dann wird es Abend und sie haben nichts zu essen mehr. Oder ich weiß nicht, ob Jesus da vielleicht auch längere Zeit geblieben ist. Und die Jünger sagen, schick sie weg, weil wir können ihnen nicht das geben, was sie brauchen. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie können ihnen nicht geben, was die Menschen brauchen. Sie haben nicht genügend Trost. Sie haben nicht genügend Liebe. Sie haben nicht die richtigen Worte. Sie haben nicht genügend Zeit. Sie haben nicht genügend Kraft. Und sie haben nicht genügend Geld. Und was Jesus sagt ist, er sagt es nicht, aber im Prinzip, ich weiß. Aber schickt die Leute nicht weg. Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, ist verrückt. Wir können ihnen nicht zu essen geben. Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Wie soll das reichen? Und Jesus interessiert das nicht, dass es zu wenig ist. Er nimmt das, sagt ihnen, sie sollen es bringen. Er bittet Gott um seinen Segen. Er verteilt es an die Menschen. Und es ist mehr als genug. Es bleiben sogar noch Reste übrig. Wissen Sie, ihr Gefühl, dass sie nicht genug haben, nicht genug Liebe für die Menschen um sie herum, vielleicht nicht genug Zeit für all das. Es kann richtig sein. Vielleicht ist es wirklich nicht genug. Aber das, was Jesus gesagt hat, oder was Jesus uns hier zeigt, ist nicht entscheidend, wie viel wir haben, ob es viel oder wenig ist. Sondern wir sollen das viel zu wenig zu ihm bringen. Und er kann daraus mehr als genug machen. Ich mache nebenbei Podcasts. Und gerade bei diesen Podcasts, das ist so ähnlich wie diese Predigt hier, sitze ich davor und arbeite das aus und ich frage mich, ist das gut genug? Während die Leute das verstehen, dass ich sage, ist es gut genug erklärt? Sind die Geschichten gut genug? Und manchmal sitze ich Stunde um Stunde um Stunde und nehme es nochmal auf und nochmal auf und versuche es noch besser zu machen. Und je öfter wir das versuchen, bei mir ist es manchmal so, desto verzweifelter werde ich, weil ich merke, ich kriege es einfach nicht so gut hin, wie ich möchte. Ich schaffe es nicht. Und ich weiß, so viele Leute hören das am Ende. Aber was mache ich mit dem nicht gut genug? Und als Kind Gottes zu leben, heißt für mich, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass am Ende alles gut wird und dass es reicht. Es ist ein anderer. Und ich habe mich an die Geschichte in der Bibel erinnert, wo Gott durch einen Esel gesprochen hat bei Biliam. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Jona mit dem großen Walfisch, wo Gott Jona durch einen Fisch rettet. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr schweigt, dann werden die Steine schreien. Wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, mit einem Walfisch Menschenleben retten kann, durch Steine reden kann, ja glaube ich nicht, dass mein Gott auch durch mich reden kann. Nicht, weil es so gut ist, was ich mache, sondern weil Gott so gut ist und er daraus was machen kann. Aus meinem viel zu wenig. Und ich möchte sie dazu ermutigen, egal wie viel sie haben, dass sie das zu Gott bringen, dass sie das nicht liegen lassen und dass sie deswegen nichts tun, weil sie das Gefühl haben, es ist nicht gut genug. Sondern dass sie Gott ihr viel zu wenig geben und schauen, was er daraus macht. Das heißt das, was die eigentliche Frage ist, ist nicht, wer sind wir und was haben wir, sondern wer ist unser Gott und an was für einen Gott glauben wir? Glauben wir an einen Gott, der gut ist, der uns helfen will und glauben wir an einen Gott, der groß ist, der uns helfen kann? Was ist dann unser Problem? Was ich gelernt habe, da wird immer eine Lücke bleiben. Immer. Ich mache Fehler. Ich habe nur begrenzte Zeit und Möglichkeiten. Ich kann das alles nicht so gut. Und wenn ich diese Lücke füllen muss, dann ist das Verzweiflung. Aber wissen Sie, Gnade heißt, da ist ein anderer, da ist ein Gott, der gesagt hat, er will diese Lücke füllen. Er will aus meinem ungenügend und viel zu wenig mehr als genug machen. Er kann machen, dass das reicht. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, fragen Sie Gott mal, was soll ich tun? Und die Antwort, die Sie bekommen werden in Ihrem Leben, kann schon sein, dass das unmöglich ist, wie bei den Jüngern. Gott hat zu Mose gesagt, bring mein Volk aus Ägypten raus. Und was hat Mose gesagt? Ich kann nicht. Ich kann nicht reden. Und Gott hat gesagt, was heißt hier, du kannst nicht. Ich kann durch dich. Mit mir kannst du. Geh. Es gibt andere, viele andere Situationen, wo wir genau die gleichen Geschichten haben. Und ich hatte so oft die Situation auch, dass ich in meiner Arbeit in Situationen war, dass ich zum Beispiel mit Eltern reden musste, die ihre Kinder misshandelt haben. Und ich dachte, ich, was soll ich sagen? Wie kann ich irgendwie diese Situation retten? Oder dass ich Menschen da hatte, die gesagt haben, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr. Aber ich habe gelernt zu vertrauen, dass ich nur das geben muss, was ich habe und dass Gott den Rest dazu gibt. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, dass sie nicht Gott spielen. Sie müssen das nicht. Don't do God's job. Ihre Aufgabe ist das, was sie haben, zu bringen. Ihre Fähigkeiten, ihr bisschen Zeit, ihre bisschen Ideen und auf die Knie zu gehen, Gott um seinen Segen zu bitten und darauf zu vertrauen, dass er genug daraus macht. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht, dafür zu sorgen, dass es am Ende reicht und gut genug ist. Das ist Gottes Aufgabe. Unsere Aufgabe ist das zu bringen, was wir haben, dafür zu beten und zu vertrauen. Und ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich, je größer die Arbeit und je größer die Anforderungen, desto mehr muss ich beten und sonst nichts. Und manchmal vergesse ich das, weil sich Sorgen machen ist einfacher, noch mehr arbeiten ist einfacher, zu kämpfen und es ist einfacher, manchmal ist alles einfacher als auf die Knie zu gehen und Gott zu bitten, für den Rest zu sorgen, den wir nicht machen können. Aber das heißt es für mich, als ein Kind Gottes zu leben. Und darum möchte ich Ihnen heute einfach mitgeben, haben Sie keine Angst vor Lücken, haben Sie keine Angst vor dem, was passiert, wenn Sie sagen, hier ist meine Grenze und mehr kann ich nicht. Es gibt einen Gott, der Ihnen helfen möchte und der bereit ist, diese Lücke zu füllen, egal was passiert. Eine Freundin hat zu mir einmal gesagt, dass wir uns so oder dass wir so mit uns reden sollten, wie wir mit unserer besten Freundin reden würden. Und oft haben wir viele Stimmen in unserem Kopf, die sagen, mach mehr, tu das, du musst das noch besser hinkriegen und die einen großen, großen Druck in uns erzeugen, die uns vielleicht auch Angst machen. Aber wissen Sie, wir sind Gottes Kinder. Er sagt, wir sind sein Schaf in seiner Herde und ich weiß nicht, wie mit Sie, mit Ihren Kindern umgehen und ja, Gott hat kein Problem mit Schweiß und mit Mühe und mit Anstrengung, aber er will sie nicht ruinieren, er will sie nicht kaputt machen. Sie sind sein Augapfel, sie sind sein Schatz, sie sind sein Kind. Und wenn Sie diese Stimme im Kopf haben, die Ihnen sagt, mehr, mehr, das ist nicht genug, du musst noch mehr geben, dann ist das nicht Gottes Stimme, dann ist das die Stimme von dem Feind, der uns zerstören will. Und ich habe gelernt, auf diese Stimme nicht mehr zu hören. Wir sind keine Sklaven, wir sind Kinder. Und wissen Sie, am Ende gehen wir mit anderen Menschen so um, wie wir auch mit uns selbst umgehen. Wenn ich von mir immer mehr verlange und über meine Grenzen rauszugehen, dann verlange ich das am Ende auch von anderen. aber im Umkehrschluss, wenn ich mir erlaube, Fehler zu machen, dann erlauben sich auch andere, Fehler zu machen. Wenn ich Gnade mit mir selbst habe und mir vergeben kann, dann erlauben auch andere Menschen, gnädig mit sich umzugehen. Das, was ich tue, färbt auf andere ab. Wenn ich mich traue, zu weinen, wenn ich mich traue, Schmerzen zu zeigen, wenn ich mich traue, um Hilfe zu bitten, dann werden andere Menschen trauen, zu weinen, um Hilfe zu bitten. Und wenn ich anfange, Gott zu vertrauen, auf die Knie zu gehen, meinem Gott für das zu danken, was ich habe und ihm den Rest zu überlassen, dann wird das anderen Menschen Mut machen, genauso mit sich umzugehen. So wie sie mit sich umgehen, so gehen sie mit anderen um. Und so wie sie mit anderen umgehen, so werden auch andere Menschen ihnen und ihrem Beispiel folgen. Und darum möchte ich einfach ihnen Mut machen, dass sie das, was sie nicht können und das, wo sie nicht mehr weiter wissen. Wenn ich den Jungen, den ich betreut habe, am Ende des Tages in seinem Zimmer zurücklassen muss, zu Hause gegangen bin und ich wusste nicht, ob er überlebt oder nicht, dann habe ich gelernt, das abzugeben an einen, der größer ist. Und wenn ich hier stehe und etwas sage, dann muss ich dem vertrauen, der größer ist, dass er da etwas draus macht, was reicht und Menschenherzen zu verändern und neue Kraft und neuen Mut zu geben. Aber er ist das und nicht ich. Und das ist ein Leben in Vertrauen. Und ich habe gelernt, je größer die Probleme werden, desto mehr muss ich beten, nicht, desto mehr muss ich arbeiten, sondern desto mehr muss ich mich an den halten, der alleine helfen kann. Und darum möchte ich kurz mit ihnen zusammen beten und Gott einfach um dieses Vertrauen bitten. Großer Gott, ich möchte dir dafür danken, dass du gesagt hast, du willst unser Vater sein und wir sind deine Kinder. Und so oft haben wir das Gefühl, wir müssen unser Leben retten, wir müssen andere Menschen retten, wir müssen hier den großen Unterschied machen. Aber du hast uns gesagt, du bist der Retter, du hilfst uns, du holst uns hier raus und wir sind Kinder, wir sind versorgt in deiner Hand. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, Grenzen zu ziehen, dort, wo wir kaputt gehen. Dass du uns hilfst, Nein zu sagen, dort, wo es nicht mehr gut für uns ist und dass wir lernen, in Vertrauen zu leben und nicht aus Angst, aus Pflichtgefühl heraus, auch nicht aus Angst um andere Menschen, sondern dass wir all das, die große Lücke, die üblich bleibt, wo wir nicht mehr können, dass wir das in deine Hand legen können, dass wir in Ruhe schlafen können, weil wir wissen, dass einer, der versorgt und der kann aus unserem viel zu wenig mehr als genug machen. Bitte gib uns dieses Vertrauen und lass uns diese Wunder erleben, dass du eingreifst, wo wir nicht mehr können. Hilf uns, auf unsere Knie zu gehen. Danke, dass du versprochen hast, für uns zu sorgen. Amen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020